Musik Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks. Ich habe mir eine Raycar Fine Good Jeans gekauft, die ich euch heute in einer kurzen Review vorstellen möchte. Die Jeans sind in Größe 28 und aus 12,25 Unzen hergestellt. Was ich sehr sehr schön an der Jeans finde, ist, dass der Stoff sehr sehr weich ist und sich sehr gut in der Badewanne bei warmer Temperatur einschrumpfen lässt. Das Blau ist nicht so dunkel wie bei normalen Dämmens, was einen sehr sehr schönen leichten Glanz hat und an sich sehr weich ist. Was ich sehr sehr schön finde, ist, dass Raycar viele nette kleine Details verarbeitet hat, wie zum Beispiel dieses asymmetrische Münzfach und die Selfage-Kante an der Knopfleiste. Auch die Schildchen und Aufnäher sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet, ebenso wie der Druck innerhalb der Hose auf dem Taschenfutter. Die hintere Gürtelschlaufe ist mit einer Trippelnaht gearbeitet, was sehr zur ausgeglichenen Optik der Hose beiträgt. Ich danke euch fürs Zuschauen, spiele jetzt noch ein paar Bilder ein, wünsche euch viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, tschüss! Bis zum nächsten Mal, tschüss! Bis zum nächsten Mal!